Nahostkonflikt Innen- und Außenpolitisch leistete sich der US-Präsident in diesem Jahr einige Fettnäpfchen. Trotz internationaler Warnungen hat US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass es Zeit ist, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, sagte der Republikaner am Mittwoch in einer Rede im Weißen Haus. Zugleich wollen die Vereinigten Staaten ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen, so Trump. Er werde das US-Außenministerium anweisen, die Vorbereitungen für die Botschaftsverlegung zu treffen. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat die Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, als historisch begrüßt. Dies sei ein historischer Tag, erklärte Netanyahu mit Blick auf Trumps Ankündigung. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.